Los geht's! Ding Dong Darling! Wir sind wieder auf der Suche. Aus tausenden Anwärtern wurden 10 MUAs erwählt. Schnallt euch an! Du bist mein erstes Model. Sie werden von wahren Koryphäen der Branche beurteilt. Das ist zu krass. Oh ja, toll. Ich habe Angst. Super, richtig cool. Sie bekommen professionelle Aufgaben. Die Form fehlt. Sie kriegt das nicht hin. Das muss jetzt schneller gehen. Los, los, los. Echt stark. Sie zeigen ihre Talente in den Kreativaufgaben. Manchmal muss man laut sein. Ich bin total sprachlos. Ich sehe aus wie ein Ferkel. Das ist auf jeden Fall ein Ding Dong. Hab mich fast nass gemacht. Bitte nicht. Mit Make-up kann man eine Geschichte erzählen. Jede Woche treten die zwei Schlechtesten Sei vorsichtig, sonst verschwindest du in der Versenkung. Gegeneinander in einem Face-off an. So lange, bis nur noch einer übrig bleibt, der dann einen Vertrag als Mitarbeiter eines berühmten Make-up-Artists erhält. Das wird ein großes Statement. Willkommen bei Glow-Up. Willkommen bei Glow-Up. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020